Du warst schon Frauen-Magnet. Meine Mutter mochte dich auch sehr gerne. Ich habe nicht ganz verstanden, warum du jetzt gesagt hast, warst, aber... Naja, also... Ja, das war jetzt ein Buch, da komme ich nicht mehr raus. Also, das kann man ja mal fairerweise sagen, dass du ein gutaussehender junger Mann damals warst und jetzt immer noch ein gutaussehender Mann bist.